Einige Ernährungsforscher läuten das Ende der klassischen Mahlzeiten ein, denn es geht hier um das Thema Snackification. Was Snackification ist, was es für unseren Alltag bedeutet und ob dieser Ernährungstrend sich positiv oder negativ auf uns auswirkt, das erfahrt ihr nach dem Interview. Ich gebe euch heute eine kurze Einsicht in das Thema Snackification. Wir können natürlich auch bei den gängigen Podcast-Anbietern dann dazu passend unseren Podcast euch anhören. Snackification, was ist Snackification? Dieser Begriff wurde von Hanni Rützler 2019 etabliert und die ist eine Ernährungswissenschaftlerin und Foodtrendforscherin aus den USA. Und bei dem Begriff Snackification geht es darum, das klassische morgens, mittags, abends Essen quasi zu ersetzen durch viele kleine Mahlzeiten am Tag, die Snacks, die allerdings den Anspruch haben, gesund zu sein. Bedeutet also, sie bestehen aus Gemüse, vollwertigem Getreide, guten Proteinquellen und gerade nicht aus Fertigessen wie dem Fokoriegel oder vielleicht den Chips. Der Grund für diesen Ernährungstrend liegt natürlich in unserem alltäglichen Leben, was sich natürlich auch über die Zeit weg stark verändert hat. Heutzutage ist es schwierig, morgens, mittags, abends regelmäßig zu essen, denn viele arbeiten natürlich Vollzeit und sind dort sehr eingespannt und essen quasi zwischendurch. Und diese Snacks, die müssen natürlich dementsprechend vollwertig und gut sein, was die Nährstoffe angeht, damit sie den Körper optimal versorgen können. Bedeutet also, die Ernährungsform ist quasi für Menschen gemacht, die sich regelmäßige Mahlzeiten nicht mehr so gut einplanen können, die viel Stress haben, viel unterwegs sind, aber trotzdem sich gesund ernähren müssen. Kommen wir zu den Vor- und Nachteilen von Snackification. Ein großer Vorteil ist natürlich die Flexibilität. Wir stellen uns vor, wir sind auf der Arbeit und müssen jetzt noch zu mehreren Meetings und nach der Arbeit vielleicht auch noch die Kinder irgendwo abholen oder haben noch Verabredungen. Dann ist es für uns natürlich flexibler und einfacher, wenn wir sagen, ich hole mir morgens kurz auf den Weg zur Arbeit eine Kleinigkeit, dann nochmal in meiner Mittagspause und wenn ich auf dem Weg bin zu den Kindern, dann hole ich mir da auch noch eine Kleinigkeit. Dann habe ich anstatt dem Frühstück und dem Mittagessen mehrere kleine Snacks, die ich zu mir nehme. Und ich habe nicht den Stress, dass ich jetzt zu einer bestimmten Zeit zu Hause sein muss und dort das Essen für alle vorbereiten muss, sondern hatte kleine Snacks, die man sich holen kann. Und du hast die Snacks einfach da und kannst direkt von der Hand in den Mund essen, ohne jetzt großartig was kochen zu müssen oder dich auf das Essen noch vorbereiten zu müssen mit großen Einkäufen etc. Ein weiterer Vorteil ist, dass natürlich viele kleinere Mahlzeiten besser für den Körper zu verdauen sind als wenige sehr große Mahlzeiten. Wenn man eine sehr große, polyhydratreiche Mahlzeit ist, vielleicht kennt ihr das, dass man danach quasi wie in so einem Foodkoma ist und so richtig erschöpft und kaputt ist, denn der Körper muss natürlich jetzt erstmal die große Menge an Nahrung verdauen, die Polyhydraten. Wenn wir nur kleine Mengen zu uns führen, fällt die Verdauung leichter und wir haben kein Tief nach der Nahrungsaufnahme. Zudem sollen bei der Snackification, wenn man es richtig anwendet, diese Snacks auch aus sehr guten, qualitativ hochwertigen Nahrungsmitteln bestehen. Auch sogenannten Superfoods, das heißt Nahrungsmittel, die eine hohe Nährstoffdichte haben für unseren Körper. Bedeutet also, wir essen nicht den Schokoriegel, sondern wir essen vielleicht eine gesunde Bowl, wo wir gute Kohlenhydrate mit Reis haben, gute Proteinkellen mit Fisch, viele Mikronährstoffe, durch das Gemüse, Avocado, Krautsalat etc. Und das alles zusammen sorgt natürlich dafür, dass wir dann auch alle Nährstoffe in den kleinen Snacks haben, um unseren Körper perfekt zu verloren. Ein weiterer Vorteil der Snackification ist die Abwechslung. Wenn man viel Abwechslung in der Ernährung hat, sorgt man auch dafür, dass man viele verschiedene Nährstoffe aufnimmt und dass man sich auch auf das Essen freut, weil man genau weiß, hey, heute esse ich mal Asiatisch, morgen esse ich Thailändisch und am nächsten Tag, da probiere ich vielleicht mal Indisch aus. Das heißt, man hat eine hohe Abwechslung und viele verschiedene Lebensmittel, die man kennenlernt und vor allen Dingen dann auch einen bunten Mix an Nährstoffen, die man zuführt, was auch wiederum gut für den Körper sein kann. Natürlich gibt es bei der Snackification nicht nur Vorteile, sondern auch Nachteile. Ein Nachteil beispielsweise kann sein, dass durch falsche Snackification der Blutzuckerspiegel sehr oft oder sehr in die Höhe getrieben werden kann. Das bedeutet, wenn wir 5, 6, 7, 8 Mal am Tag essen durch kleine Snacks und uns dann für falsche Snacks entscheiden, haben wir vielleicht 8 Mal einen hohen Peak im Blutzuckerspiegel und danach einen starken Abfall. In dem Fall, wenn der Blutzuckerspiegel stark ansteigt, dann bauen wir erstmal kein Fett ab. Das ist ein Nachteil. Und wir sorgen auch beim starken Abfall des Blutzuckerspiegels dafür, dass wir Heißhunderattacken befeuern. Das passiert allerdings auch nur, wenn wir uns für die falschen Snacks entscheiden. Ein weiterer Nachteil kann auch sein, dass wir eine negative Auswirkung auf die Verdauung haben über Snackification. Das ist vor allen Dingen dann der Fall, wenn wir uns für die falschen Snacks entscheiden und wenn wir zu viele Snacks pro Tag konsumieren. Denn dann gönnen wir unserer Verdauung keine Ruhepausen. Unser Körper, unser Verdauungsorgan, der Magen, der braucht schon eine gewisse Zeit in der Darm, um alle Nährstoffe und alles, was wir zuführen, zu verdauen. Wenn wir ständig kleine Mahlzeiten nachschieben, dann strapazieren wir damit unsere Verdauung und das kann sich dann negativ auf uns ausführen. Noch ein Nachteil bei Snackification ist ganz klar die Nachhaltigkeit. Wenn wir uns Produkte kaufen, dann kaufen wir meistens auch immer die Verpackung mit. Das ist natürlich nicht so besonders nachhaltig, als wenn wir jetzt frisch kochen würden, für mehrere Tage als Beispiel. Und ebenfalls sind in den angebotenen Snacks, die wir beispielsweise beim Rollladen, beim Asiaten oder sonst wo kaufen können, oft mit exotischen Nahrungsmitteln versetzt. Exotische Früchte oder auch exotische Lebensmittel, die einen sehr, sehr weiten Weg hinter sich haben, bevor sie dann verarbeitet werden in dem Snack. Und das sorgt natürlich dafür, dass unser Fußabdruck, unser ökologischer Fußabdruck, nicht besonders gut ausfällt. Denn wir verbrauchen damit ja Lebensmittel, die vorher schon, bis sie zugekommen sind, einen hohen Verbrauch an CO2 hatten. Und das wollen wir natürlich in der heutigen Zeit so gut es geht vermeiden. Was die Ernährungsweise der Snackification für Auswirkungen hat, ob unseren Körper und ob sie gesund und umsetzbar ist im Alltag, das erklärt euch nochmal ein Experte. Hallo Lieben, mein Name ist Charlie. Ich bin Personal Trainerin und die Leitung des Online-Clubs bei Primetime Fitness und heute eure Expertin. Die Frage, was denn meine persönliche Meinung zur Snackification ist, kann ich mit einer ganz einfachen Gegenfrage beantworten. Und zwar, Was ist dein persönliches Ziel? Ist es die Gewichtsreduktion? Möchtest du zunehmen? Oder möchtest du dich einfach nur gesund, kulinarisch weiterentwickeln? Das letzte Riss der Fall ist die Snackification perfekt. Du kannst, wie es dir in deinen Alltag passt, verschiedene kleine Mahlzeiten und damit auch verschiedene Gerichte in deinen Alltag integrieren und dich einfach beispielsweise, wie in einer Stadt wie in Frankfurt, an verschiedenen Food Trucks bedienen. Möchtest du allerdings abnehmen, also deinen Körperfettanteil reduzieren, wird das Ganze schon ein bisschen schwieriger. Jedes Mal, wenn du isst, steigt dein Insulinspiegel an und fällt wieder, sobald du aufhörst. An diesem Punkt ist der Punkt, an dem die Fettverbrennung startet. Normalerweise hast du dann zwischen deinen Mahlzeiten so drei bis fünf Stunden Zeit, an denen die Körperfettverbrennung dann quasi arbeiten kann. Isst du allerdings alle paar Stunden, dann hat dein Insulinspiegel gar nicht wirklich Zeit, an diesem Tiefpunkt zu verweilen. Das kannst du dir natürlich zum Vorteil machen, wenn dein persönliches Ziel es ist, zuzunehmen. Deshalb frage ich dich jetzt, was ist dein persönliches Ziel? Und dann können wir ganz einfach sagen, die Snackification ist meine ideale Lösung oder doch nur ein Foodtrend, den wir am nächsten Wochenende mal in unserer Lieblingsstadt ausprobieren. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao, ciao! Vielen Dank! Und dann kommen wir jetzt auch zum Fazit. Also, es gibt in der Snackification auf jeden Fall Vorteile, wie zum Beispiel die erhöhte Flexibilität, die größere Abwechslung und die kleineren Mahlzeiten, die wir dann über den Tag verteilt zu uns nehmen. Aber natürlich gibt es auch Nachteile, wenn wir Snackification falsch betreiben, nämlich, dass wir dann uns ungesünder ernähren, dass wir nicht mehr regelmäßig auch mit der Familie als Beispiel zusammenkommen und immer nur zwischendurch essen und dadurch eventuell auch unsere Verdauung belasten, wenn wir zu viele Snacks essen oder den Blutzuckerspiegel zu stark in die Hülle schnellen lassen. Snackification ist auf jeden Fall für Leute geeignet, die sehr intensiv und sehr viel und vor allem sehr lange arbeiten, vielleicht auch wechselnde Schichten haben und für die es dann sehr, sehr schwierig ist, regelmäßig zu festen Zeiten zu essen. Natürlich ist die Qualität des Snacks entscheidend. Wenn ihr den Podcast zu dem Thema Snackification hören wollt, könnt ihr das auf allen gängigen Podcast-Plattformen machen. Ich freue mich auf euch, wenn ihr das nächste Mal wieder mit dabei seid. Macht's gut!